hallo zusammen und willkommen zu einer neuen folge minecraft wir bauen jetzt eine decke über diese räume und ich frage mich gerade wie hoch wollen wir die schon hier hin machen die decke aber was machen wir dann hier das wird das wird verzwickt dann machen wir die decke höher den platz haben wir ja dann kommt die decke hier auf die höhe wenn sehr hoher raum aber ist okay warum nicht wie gesagt den platz haben wir und dann ist das alles schöner hier verpackt also deckel drauf ich habe nämlich schon pläne fürs zweite stockwerk fenster fenster nach außen können wir noch auf jeden fall rein machen vergitterte fenster hier in dem fall dann nicht damit keiner ausbricht sondern damit keiner einbricht man will ja dass die waffenkammer auch ein bisschen sicher ist natürlich sicherheit geht vor so und wo wir dann die treppe nach oben machen schauen wir damit zu weit ist ich habe vorher noch gedacht in die mitte des raumes wo ich dann aber den tisch hingebaut habe hinter den rüstungsständern vielleicht oder wir reißen noch mal eine reihe eine reihe kisten weg mal schauen ich habe mehrere ideen oder wir machen eine leiter aber das will ich eigentlich nicht machen ich will schon eine treppe nach oben fände ich schöner oder kommt ein skelett bogen schütze rein das trifft sich gut der ist quasi hier gleich der wird gleich rekrutiert genau nimmt er gleich mal eine waffe kannst du dich gleich im rekrutierungsbüro anmelden okay dann machen wir das jetzt so wartet mal hier glaube ich mache ich aus sicherheitsgründen noch ein eisengeländer hin damit mir keiner mit seiner schweren rüstung ins wasser fällt und noch im seichten flüsschen hier ertrinkt das wäre uncool vielleicht mache ich sogar bis ganz nach oben aus dekorativen gründen vielleicht sogar ums eck das hier alles volles mit zum gitter könnte warum warum nicht machen wir mal dann sieht das hier vielleicht nicht so leer aus warum der der fluss hier unbedingt durchfließen muss weiß ich auch nicht das hat sich halt der könig so gedacht der wollte halt wasser im in der burg im garten haben und hier ist der einzige weg wo das vernünftig durchfließen kann hat der architekt gesagt ich hasse ich hasse es diese diese dünnen filigranen zäune hier zu bauen das ist immer so okay das lief ganz gut warte mal wenn dann mach ich es wieder okay die letzte reihe wird wieder ein bisschen leichter die können wir nämlich einfach an die an die dicke decke platzen und fast ein bisschen drückt ein bisschen stark rein aber es passt zur zu dieser militär atmosphäre finde ich ganz gut also machen wir es so vielleicht mache ich auch die mauer 1 höher hier unten ich glaube das finde ich besser so sehr gut fast fast jeden block so wie ich gern gehabt hätte rausgehauen tadaa okay und ich glaube da hinten mache ich auch noch eine steinreihe rein das gefällt mir nicht so okay wo machen wir jetzt die treppe nach oben die eine idee wäre jetzt dass hier die treppe auf halber strecke quasi einfach weiter nach oben geht aber das geht sich glaube ich erstens nicht aus und zweitens bin ich eh auch nicht ganz glücklich mit der idee wo kommen wir denn da raus wo kommen wir denn da hin eben da kommen wir raus raus das will ich nicht ich meine hier könnte man sie natürlich eigentlich wäre das vielleicht doch gar keine so blöde idee und hier könnte man es ums eck gehen lassen einfach zumindest platzspartechnisch wäre das glaube ich gar nicht blöd ach warum eigentlich nicht oder warum eigentlich nicht ach so der block muss schon da bleiben der muss leider weg ne schade schade so sicherheit und so ne ich achte auf das wohl unserer königlichen leibgarde unserer soldaten dass hier keiner runter plumpst ähm da mache ich jetzt einfach mal einen holzdeckel drauf damit wir ein bisschen anderes material auch haben aber ein dunkles holz soll ja nicht zu gemütlich in den kasern hier aussehen ok 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ach so eigentlich habe ich jetzt immer glaube ich 5 freigelassen und dann 1 2 3 4 5 und zack 1 2 3 4 5 und zack 1 2 3 4 5 und zack 1 2 3 4 5 ah ok so hier kommen jetzt so ein bisschen die freizeiträume für die soldaten hin und ich überlege ob wir hier noch da könnten wir eigentlich noch ein stockwerk reinziehen ne warum eigentlich nicht machen wir gleich noch hier obwohl warte machen wir eins tiefer weil dann könnte ich noch verstecken dass hier der boden drin ist ja genau machen wir hier noch eine ganze reihe das ist ganz cool dann kommt hier nämlich ganz oben in das oberste stockwerk baue ich dann die schlafgemächer die ne einfach nur reinbetten im grunde und in dem mittleren bereich ist dann so ein bisschen der freizeit und wohnbereich wo man auch mal party machen kann wenn man will wenn man will oh fürs unteres stockwerk fallen mir gerade noch zwei sachen ein die ich gerne noch machen würde ich hoffe die vergesse ich nicht nämlich fenster und vielleicht auch eine tür hinten raus in den hinteren garten quasi jetzt das wäre noch eine idee das könnte sollte ich machen könnte sollte wollte dann doch Ja, ich glaube, das wird ganz cool hier. Also der Kasernenbereich gefällt mir schon mal gut. Und soweit ich das gesehen habe bis jetzt, wurde zwar schon ein bisschen am Schlossinnenbereich rumgebaut, ganz cool, aber noch keine richtigen Räume mit Funktion quasi. Insofern muss ich auch keine Angst haben, dass schon wer anders irgendwo so kasernmäßig, militärmäßig sich eingebaut hat. Insofern passt das. So, wo machen wir die Treppe nach oben? Hier hinten. Oder? Ne, hier hinten geht ja gar nicht. Ne, ne, Quatsch. Muss vorn sein. Hier hinten gibt es ja oben gar nicht mehr. Da machen wir die Treppe hier. Ja, warum nicht? Die geht hier gleich weiter. Mehr oder weniger. Ja, genau. Da sind wir pragmatisch. Wo schon Treppe ist, wird mehr Treppe gemacht. So. Nein! Tada! Endlich. Okay, cool. Perfekt. Geht sich auch noch genauer aus. Wunderbar. Und ich glaube, da oben baue ich jetzt auch so einen Kasten. So einen Sicherheitsgitterkasten. Vielleicht auch ohne Holzdecke, sondern bis zur Decke hoch oder so. Vielleicht. Oder ich mache hier jetzt dann einen Deckel. Machen wir einen Deckel. Weil mir gefällt der Deckel ehrlich gesagt nicht besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, es bringt ein anderes Material hier rein einfach. Das finde ich nicht schlecht. Und es trennt auch irgendwie. Naja, ich weiß nicht. Ich bin nicht ganz glücklich, aber es passt schon. So, und hier kommen wir zum Großen und Ganzen einfach nur Betten und Kisten, würde ich sagen, hin. Wo man auch so sein persönliches Zeug verramschen kann. Alle in der gleichen Farbe. Ich denke schon. Machen wir alle blau. Damit es einfach ein bisschen, ein bisschen Farbe hier drin ist. Ups. So, warte mal. Und Kisten. Ach, Truhe. Nicht Kiste. Truhe. Mensch, wann lernst du es endlich? Truhe. Die Truhe sind gleich so gewaltig. Ich hätte irgendwie gern so kleine, aber naja, okay. Eins Abstand und dann machen wir noch eine Reihe Betten. Oh, ich könnte nicht in der Mitte vom Raum schlafen. Das ist ja furchtbar. Tja, das Soldatenleben ist kein einfaches. Dann machen wir noch eine Reihe. Und dann sind wir hier auch schon fast fertig. So. Ach so, Moment, Fackeln. Machen wir schon noch ein bisschen mehr Licht. Nur damit hier keine Monster spawnen. Okay. Aber sehr viel mehr ist dann hier auch schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich mache hier aus Treppen Holzregal, das leer ist. Ich weiß, keine Ahnung, keine Ahnung warum. Aber das machen wir jetzt einfach. Ein Holzregal. Warte mal, dann brauche ich je nachdem. Na, schauen wir mal. Vielleicht mache ich es auch einfach so. So. Und so. Oh ja, okay. Und dann machen wir vielleicht oben kleinere Fächer noch rein. Und fertig. Oder mache ich nochmal das gleiche? Das ist schon, weil es hier so super dick wird dadurch. Vielleicht mache ich wirklich kleinere. Ach so, nee, warte mal. Das war richtig. Das kommt raus. So, dann haben wir hier noch ein kleines Regal. Hey, warum ist hier eine Rückwand? Ich will gar keine Rückwand haben. Geh weg, Rückwand. Ich habe die zu schräg gebaut. Das ist das Problem. Mist. Äh. So. Da muss man aufpassen. Okay, einfach nur damit hier was ist. Und hier ins Eck stelle ich damit es ein bisschen, ne? Das ist eine gute Idee. Stellen wir hier ins Eck eine Topfpflanze. Aber nur eine. Äh. Mit einem sehr dunklen Holz. Und keine Blumen. Eher so ein Fahnen oder sowas. So. Gut, ich muss hier auch mal an Fenster denken vielleicht. Na, ich. Nee. Hier können wir keine Fenster machen eigentlich. Leider. Das ist. Da, da. Das ist Ocarina of Time Land. Und das kann man, glaube ich, sehen im Spiel. Und da sind keine Fenster. Da machen wir hier auch keine. Können wir da Fenster machen? Ist das der höchste Punkt? Ach nee. Da geht es rüber in einen anderen Bereich. Na, dann sind hier nur die zwei Fenster. Ist ja auch wurscht. So. Und ganz unten. Hallo, Creeper. Können wir auch in die Richtung keine Fenster machen. Aber in die Richtung wären Fenster theoretisch möglich. Und ich fände Fenster cool. Dann mache ich hier mal zumindest eins. Und vielleicht machen wir hier oben noch eins. Nicht unbedingt zum Rausgucken, aber damit Licht reinkommt. Und damit es die Soldaten richtig kacke haben, kommen überall Eisengitter rein. Damit Insekten und nervige Mücken und was weiß ich was an Viehzeug alles sich schön durchquetschen kann. Dafür haben sie frische Luft und es ist kalt. Perfekt. Jetzt geh doch hoch. Ich weiß nicht, warum ich nicht hochkomme. Tada. Ach so, ja gut. Der Mittelraum muss noch gemacht werden, natürlich. So. Bei den Fenstern, die waren schon, ne? Das sind die Standardfenster. Genau, die dürfen sein. Das ist gut. Hier ist es jetzt ein bisschen dunkel. Packe ich mal hier noch eine Fackel rein. Okay. Cool. Jetzt will ich das mal kurz mit den Fenstern auch von außen sehen. Ach ja genau, ich wollte noch eine Tür machen, aber die könnte man hier reinquetschen. Oh, hier ist Wasser. Ja, das darf ruhig unsymmetrisch und seltsam sein. In The Legend of Zelda, ne? Die Burg ist einfach unsymmetrisch und seltsam. Hier in die Wand könnte man noch Fenster reinmachen, wenn man wollte. Das passt schon. Ist okay. Nee, was machst du denn? Du solltest hier so ums Eck gehen, bitte. Genau, genau so. Ich will das nur ein bisschen an seine Umgebung anpassen. So. Tinten mache ich das auch. Äh... Okay. Ja, okay. Vielleicht... Ich glaube, ich will doch. Ich glaube, ich will das doch anpassen. Dann sind lieber innen die Fackeln nicht symmetrisch. Aber ich weiß, The Legend of Zelda, das Design der Burg ist nicht symmetrisch. Aber ich halte es nicht aus. Ich brauche Symmetrie in Minecraft. Gerade in Minecraft. Ist mir Symmetrie wichtig. Sieht doch gleich... Okay, dass das ein bisschen größer ist, war zwar keine Absicht, ist aber in Ordnung. Aber sieht gleich viel schöner aus, finde ich. Okay, wunderbar. Leute, dann machen wir jetzt für heute Schluss. Mit dieser wunderschönen dekorativen Folge. Eine dekorative Folge. Keine Dekorationsfolge oder eine Folge, in der wir dekoriert haben. Sondern die Folge an sich ist dekorativ. Die könnt ihr ausdrücken oder in euren digitalen Bilderrahmen laden. Und ununterbrochen laufen lassen. Eine super dekorative Folge. Warte mal, kann ich hier eine Tür machen? Ja klar, das ist der Fantasiegarten, den wir gestalten dürfen, wie wir wollen. Okay, cool. Na schön, Leute. Dann, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und morgen machen wir noch den Zwischenbereich. Da könnte man sogar noch, weil es so... Oh cool. Weil es so hoch ist. Könnte man hier sogar noch einen Armleuchter. Einen Kronleuchter. In die Luft hängen. Das ist gut. Und hier machen wir dann noch so ein bisschen Freizeitbereich. Genau. Okay, Leute. Bis morgen.